Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Naruto Storm 4 im Online-Battle. Diesmal habe ich alles nachsynchronisiert, weil ich dieses Turnier ziemlich lustig fand. Beachtet mal die Anzahl von Teilnehmern, es waren ja sieben Leute und wir haben hier diesen Cyrus-Hush hier und später noch diesen Ehrenmann. Du kannst ja sonst noch mal zurückspielen in diesem Video, falls ihr die Person noch nicht gesehen habt, bei der Liste. Und ja, merkt euch diese beiden Namen bzw. diese beiden Spieler. Das macht das Ganze in diesem Turnier noch irgendwie witzig, finde ich. Und ja, hier in diesem Kampf sieht man jetzt hier, der macht bisher eigentlich eine ganz gute Figur gegen Cyrus-Hush hier, hoffen wir mal, oder? Also, bisher kämpft er ja ziemlich gut, finde ich. Aber, es könnte auch sein, dass ich das Ganze irgendwie wenden könnte. Wir sehen auf jeden Fall, dass dieser Cyrus nicht gerade die Ultra-Cast-Skills raus habe. Aber das ist natürlich scheiße, das habe ich von Thier gar nicht erwartet gehabt. Denn, ähm, er hat eine wirklich gute Spielweise gehabt und ich hätte nicht gedacht, dass er sich jetzt davon treffen lässt. Vor allem, weil er ja noch einen Tauschspalten hatte. Das war irgendwie komisch. Ähm, jetzt laden sich wieder alle Tauschspalten auf von beiden Spielern. Tier hat ziemlich, ähm, eingesteckt durch das Ultimate Jutsu von Cyrus. Cyrus spammt wieder seine Jutsus. Ähm, aber egal wer hier gewinnt, schlussendlich, es hat mich so richtig gereizt, egal gegen wen von beiden zu kämpfen. Ich sollte vor allem gegen Tier kämpfen, weil er hatte den höchsten Rang von uns allen. Er hatte Rangstufe 5 und alle anderen im Turnier hatten eigentlich Rangstufe 1. Das heißt besser eigentlich nicht viel, weil, ja, entweder hast du Ranglistenkämpfe gemacht oder nicht, oder hast immer nur Mitspielerkämpfe gemacht, ähm, wo dein Rang nicht höher wird, aber da kannst du trotzdem besser werden. Was ich zum Beispiel gerne mache. Ich bin Stufe 1, aber wie wisst, ich könnte längst schon eine höhere Stufe sein, aber im Ranglistenkämpfe sind die meisten unfair und, ja, nervt halt. Ich finde es halt lustig, wenn ich Stufe 1 bin und dann plötzlich die anderen so voll schockiert sind, wenn ich sie plötzlich besiege, ähm, mit meinem Rang. Ja, hier haben wir Tier. Ich dachte wirklich, ich, äh, ich könnte am Ende gegen ihn kämpfen. Er würde mein Übernächster gegenüber sein. Aber wie ihr seht, er wird schon einmal gesiegt von Cyrus, weil er, äh, zweimal schon durch Ultimate, Jutsus einmal durch Ultimate Team getroffen hat. Ja. Auf jeden Fall während diesem Kampf, ich habe beide, beide, äh, Spieler beobachtet und wollte ihre Kampfweise und, ähm, ihre Herangehensweise, äh, beobachten und daraus eine Strategie entwicklen für beide Gegner. Bei Tier wusste ich, ich habe schon so eine Vorahnung gehabt, äh, während dem Kämpfen, dass er seine Tauschbalken zu sehr einsetzt. Also er kämpft gut, aber seine Tauschbalken setzt er zu sehr ein. Und ich bin, wenn es darum geht, jemanden mit Tauschbalken wegzulassen, ein Profi. Außer der Gegner ist richtig stark. Und, äh, setzt, äh, viele miese Tricks, wie, ähm, diesen, wie sagt man, Schimpelbrecher, Block, irgendwas. Ich weiß nicht mehr, wie man im Moment, wenn jemand dich angreift und, äh, diese, diese, diese eine Fähigkeit einsetzt, damit der Gegner weggeschneidet wird. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall. Und bei Cyrus war es ungefähr ähnlich. Vor allem auf jeden Fall, dass er die ganze Zeit seine Jutsus einsetzt. Meiner Meinung nach Spabbing von Jutsus und Ultimate Jutsus, äh, ja. Ja, das war's schon für Tier. Der wurde schon gesiegt. Er leute wieder durch ein Ultimate Team Jutsu. Und ja, bei ihm, bei Cyrus, hätte ich einfach darauf geachtet, ihm die ganze Zeit seine Jutsus anwenden zu lassen. Ich wäre eh ausgewichen. Und hätte, äh, ja, darauf gewartet, dass er sein Chakra verbraucht und gleichzeitig wieder dieselbe Taktik wie bei Tier eingesetzt, nämlich seine Tauschbalken wegnetzen, weil er setzt eigentlich auch seine Tauschbalken oft ein. Nicht so oft wie Tier, aber auch genug oft. Auf jeden Fall. Ich hätte beide möglichst gut besiegen können. Naja, huch, da sehen wir schon. Ein Spieler ist weg. Der mit Kakashi. Äh, das mit Enzo da, das ist wegen einem Bug. Äh, weil wenn jemand disconnectet, dann sieht's so aus, als ob der eine auch verloren hätte, aber nach dieser Runde hier sind wir dann erst immer noch da. Das ist einfach nur ein Bug. Ja, Ehrenmann. Dem habe ich vorhin ja gesagt, äh, sollen wir auf ihn achten. Nehmen wir dem Ehrenmann mal seine Ehre weg. Äh, er übrigens ist mit diesem Cyrus in einer Party. Also, äh, bevor das Turnier gestartet ist, haben sie noch so gelabert, äh, während ihr im Turnier. Man hat, äh, sie beide gehört. Und dann haben sie gesagt, komm, gehen wir in eine Party rein. Äh, und dann sind sie in eine Party reingegangen. Und haben dort anscheinend, äh, weiter gesprochen. Während dem Turnier. Und wenn man diesen Fakt, ähm, beachtet, dann wird das Ganze hier umso witziger. Ja, ich habe ihn hier ziemlich auseinandergenommen. Da, äh, der Daru hat ihm noch hier den Rest gegeben. Huch, da habe ich wohl etwas übertrieben, äh. Gleich ein Disconnect. Da ist er gleich weg. Da ist er gleich weg, der Ehrenmann. Ja, nicht gerade wirklich ehrenhaft, wenn man, äh, während dem Spiel schon weggeht. Klar, ich hätte ihn so oder so fertig gemacht, aber trotzdem. So, jetzt Cyrus Suchia gegen Enzo PN. Nun, bei diesem Kampf zeige ich nicht alles, weil Enzo ist, ähm, hier nicht da gewesen. Also er ist, äh, keine Ahnung, AFK war nicht gerade anwesend. Keine Ahnung. Und dann hat die eben, ähm, Cyrus halt fertig gemacht und logischerweise auch besiegt, weil Enzo war ja nicht da. Er hat gar nichts gemacht. Während über den ganzen Kampf, er hat nichts gemacht. Er war nicht da. Also gut, ja, und deshalb überspringe ich mal den Kampf. Ist unnötig, das zu sagen. Jetzt, nach diesem Kampf, er hat gewonnen. Hurra, was ein Wunder. Und nun, die beiden sind ja in einer Party drin. Ich habe Ehrenmann richtig krass fertig gemacht. Das hat man ja gesehen. Ich, äh, die Kämpfe werden ja von allen beobachtet. Sieht jetzt, beobachtet mal, äh, wer jetzt hier im Turnier noch drin ist. Enzo, ich und Cyrus. Und... Was passiert jetzt? Huch! Cyrus ist plötzlich weg! Der ja in der 7-Party ist wie Ehrenmann. Anscheinend hat er kalte Füße bekommen und, äh, ja, ist weg. Und ich habe das Turnier gewonnen. Das war's, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss! Musik Untertitelung des ZDF, 2020